Vor 80 Jahren, 19. Februar 1942, USA richten Konzentrationslager für Japaner ein. Präsident Franklin D. Roosevelt unterschreibt die Executive Order 9066, welche die Umsiedlung und Internierung von 120.000 Japanern und Bürgern japanischer Abstammung erlaubt. Grundlage der Executive Order war der unbegründete Verdacht, die japanische Bevölkerungsgruppe sei nach Pearl Harbor eine Gefahr für die Vereinigten Staaten.